...so salopp sagen darf, nur 90 Kilometern getan, aber die werden dann von Ihnen natürlich mit einem sehr hohen Laktatausstoß, wahrscheinlich, man will sich keine Blöße geben unter Staffelholz, in einer so kurzen wie möglich Zeit an den jeweiligen Läufer weitergeben. Wir haben es gestern schon angesprochen, die Hitze bei den Einzelkämpfern.